So, lieber Starkverlag, vielen Dank für die Unterstützung hier für die Sendung Luke, Schule und die Woche, ne, die heißen Sendung, wir haben schon wieder vergessen. Aber danke euch für die guten Fragen, fürs Lösen der kniffligen Sachen. Und das nächste Buch mach ich bei euch und nicht beim Pipa-Verlag. Tschüss!